Einen wunderschönen guten Morgen aus Berlin. Es ist Montag, der 10.07.2017 um 8.07 Uhr. Trotz meiner Vorstellung will ich nicht bis in die Puppen pennen. Ich habe eben schon mit Germain geschrieben und er meinte, übertreibt es bitte nicht, stresst dich nicht so, geht das ein bisschen ruhiger an und das werde ich auch, denn ab 9 Uhr, also in knapp einer Stunde, werde ich erstmal ein bisschen streamen auf Twitch. War ja schon ein großer Wunsch, seit Wochen und Monaten mal vormittags zu streamen, um zu schauen, ob da Leute kommen, was für Leute da kommen, ob ich die kenne oder ob das vielleicht ganz neue, andere Gesichter sind und dann werde ich, wie gesagt, bis 12 streamen und dann bis 18 Uhr ein bisschen ein paar Sachen erledigen. Ich muss zur Post, ich muss zwei, drei Schreiben aufsetzen, ich muss ein Schreiben ans Finanzamt schicken und ja, dann vielleicht ein bisschen aufräumen, den Keller entmisten, muss ich auch nicht, das will ich heute aber, denke ich mal, nicht mehr schaffen. Und um 18 Uhr ist ja dann schon wieder Stream mit Andi und Benni zusammen Minecraft. Ja, das ist so mein Montag. Ich habe noch viele Fragen an den Insolvenzverwalter und an meine Firma und auch an die Agentur für Arbeit und das muss ich, wie gesagt, heute nach 12 Uhr mal in Schriftform packen und dann den Leuten jeweils zukommen lassen. In zwei Tagen, also am Mittwoch, ist die Gläubigerversammlung. Da bin ich mal gespannt. Vielleicht wissen wir auch morgen schon mehr, weil bis morgen muss ich, glaube ich, der potenzielle Investor melden und sagen, ja, wir machen es oder nee, wir machen es nicht. Wir schauen einfach mal. Heute, wie gesagt, dreimal, nee, zweimal drei Stunden streamen und den Rest ein bisschen was hinter den Kulissen machen. Also wer mag, in etwa 50 Minuten geht's los. Ich spiele dann Deus Ex, Human Revolution weiter und wie gesagt, heute Abend dann Minecraft. Und ansonsten kommt erstmal alle gut in die neue Woche. Startet gut und lasst euch von dem ganzen Regen, zumindest in Berlin, der heute noch runterkommt, nicht runterreißen. Ich werde es nicht tun und ich hoffe weiter, dass meine Rötung im Gesicht irgendwann mal wieder abnimmt. Ja, wir gucken mal, ob das so klappt, wie ich mir das vorstelle. Also dann, bis später oder bis morgen oder bis demnächst. Also dann, tschüss.